Finde ich's voll okay. So hören würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht weil's mir auf die Nerven gehen würde, wenn ich dann die ganze Zeit Möh 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 Ach, scheiße! wo ich das ganze Zeit hören würde, aber ansonsten für's Spiel... Oh, scheiße! Es macht schön aggressiv... Ja! Es macht schön aggressiv, ja! Oh, okay. Ja, genau das, was du fürs Spiel brauchst. Aggression! Also ich bin aber eher weniger aggressiv gerade. Ich weiß, es wird einfach nur witzig. Ja, ich hab' auch... aber es ist ein und Donner draußen gerade bei mir warum? wieso wohl? egal ich hab danach wahrscheinlich eh so viel Geld, dass du dir ein Haus kaufen kannst scheiße kennen sie den Typen, Shadesaw man ist in der Nähe ich seh meine Waffen nicht mehr wo? ich glaub ich schmeiß dich jetzt mit Geld ab so hier nimm aber töte mich nicht du bist ganz aber ich kann nicht mehr schießen oder so hab ich ne Waffen da, Matze? ja, ja, ne Pistole aber ich kann damit nicht schießen ich will nicht sehen sie dich mal hallo hallo was denn hallo jetzt sehe ich sie glaub ich wieder oder? ja sehr schön ich sehe meine Waffen wieder ok friss mein Geld los so hallo hier guck's an friss mein Geld das Coldline an der Welle, nur damit du's weißt, der Kennen-Sing-Typ gut stimmt, Kennen-Sing-Nen yeah voll die epische Schlacht ey nehm mein Geld jetzt einfach wieder Alter ey 64 noch der kommt so fast ok dafür nehm ich so, was? ist er tot? oh, jetzt oh, stirb oh, scheiße, einen Schuss hab ich noch stirb stirb yeah ok, jetzt hab ich nur die anderen Granite Launcher oh, du scheiße, der dreht durch ich sterbe, neuter ja, ich schuhe ja schon was, aber ich krieg den nicht mehr gern oh, scheiße, komm her, komm her, komm her oh, Flash Founder, Flash Founder ziemlich viel, ziemlich viel ich hab nur eine Scan Reserve, die kannst du haben nachher scheiße, Alter scheiße, Alter ahhhh, stirb ist das ok das war's glaub ich oh, ich hab die ganze die falsche Waffe in der Hand oh, scheiße, das war's für mich da ja auch ja, für mich auch na, fuck nein ich schieße einfach nur aaaah Lohreiche Ende eines Spiels naja wie man's nimmt, Lohreiche war's nicht gerade ok, wir haben zu töten sie alle das schaffst du oh, Gott ey, noch neun Leute, das schaffst du wirklich ja, wenn ich jetzt nicht sterben würde, weil ich totgemessert werde ne nein nein übernehmen wir rein oh, fast aaaah scheiße scheiße scheiße, Mann wie schaffst du ja, nicht wenn ich hier immer niedergeballert werde boah, stirb einfach, du assi doch da was ist einer da ok ja er ist tot geschafft alter Schwede das war ne geschlacht, Alter 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 Alter zum Glück hab ich das aufgenommen ich glaub bei mir liegt noch ne Skarum, Alter ich hab nur diese, ich hab hier jetzt nur diese zehnte Bälle aufgenommen genial was hast du aufgenommen? ja, die zehnte Bälle hier gerade das war cool gewesen oh, ich hab so scheiß wie Geld jetzt ja, ich nicht, aber ich glaub, ich muss erst mal aufhören doch wechseln das war ne Waffe das war ne Waffe wie wechsel ich die waaaah da ist ja gerade jemand gestorben kann mir jemand Geld geben für ne Rüstung ich hab gedacht ich kann mit G wechseln mit ähm ich hab mir mein Flosburg gekauft oh man 300 bräuchte ich noch ok, wie schon jetzt hab ich einfach so nimm danke man hier nimm Geld geh ne Geld, man jetzt mit Geld Nimm Geld 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 So, ja ist er! Yeah, durchdrehtypi! Wo kommt er her? Egal! Er ist einfach da! Der sieht so hässlich aus. Ja, er ist... Und deinen Arsch hat gerade gebrannt. Magst du deinen Arsch abgebrannt? Ja, oh, du Scheiße! Oh, ich wurde gleich getötet, fast! Oh, da ist er ja! Oh, fuck! Lass mich in Ruhe! Nein, ich stirbe sie! Wo seid ihr? Alter, ihr stellt euch doch nie im Weg! Ihr Arschlöcher! Wo seid ihr? Man, auch gerade im... Er ist sauer! Er ist sauer! Ich renne weg! Nein, stirb! Ja, stirb! Komm schon! Ich hab's! Okay, wenn wir so weiter auf ihn ballern, dann ja! Er läuft da! Ja, heil mich bitte! Dankeschön, du Assi! Der ist, glaube ich, links... Links gerannt. Ja, da hinten! Okay, Arcus, da kommst du! Du läufst in die richtige Richtung! Okay! Achtung, der kommt wieder auf uns zu! Da rennt er, da rennt er, da rennt er! Ballert auf ihn! Er ist mal tot! Ja, irgendwie schon! Ja, Achtung, er geht sich wieder heilen! Okay, ich muss das da hinten achten! Ach Gott, da kommen sie! Ja, ich lad mal schnell nach! Wo ist das? Scheiße! Ach, perfekt! Nooo! Perfekt! Okay, passt! Wo ist er? Keine Ahnung! Ja, ich höre ihn schon wieder rumgrunzen irgendwo! Wo ist er denn? Alles zusammenbleiben! Ey, wo muss er doch sein? Da läuft er, da läuft er! Hier, hier, hier! Okay, ja, ja, okay! Okay, da ist er! Ich falle auf ihn! Ja! Ich sterbe auf ihn! Ja! 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 Messert ihn, messert ihn, messert ihn! Okay, nein, wir müssen auch die anderen töten! Ja, wir haben gewonnen! Ja! Laut aus dem Männer, was ist das denn? Hab ich auch noch! Nimm Geld! Zuck euch! Geld! Geld! Danke für uns Geld! 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 Ich geb's weiter an nichts! Oh, geniale Runde!